ThyssenKrupp und Schönebeck beschäftigt 750 Mitarbeiter mit einem sehr technologisch fortgeschrittenen, innovativen Standort, einem Produktionsstandort. Wir fertigen hier Komponenten und Baugruppen für eine elektrische Lenkung und auch eine hydraulische Lenkung. Wir befinden uns in einer sehr spannenden Zeit. Die Arbeitswelt ist in Umbruch, immer mehr erfolgt über Digitalisierung. Wir sind in der Lage, jeden einzelnen Prozessschritt, die daraus entstehenden qualitativen Merkmale zu analysieren, wir sind in der Lage, das Produkt zu verbessern, weiterzuentwickeln. Wo geht die Reise hin in der Zukunft? Das ist sicher eine sehr spannende Frage. Wir innerhalb der ThyssenKrupp, auch innerhalb der Steering, beschäftigen uns damit, dass wir die Grundlagen jetzt schon sicher aufbauen wollen, indem wir IT-Systeme harmonisieren, synchronisieren, Prozesse standardisieren und somit sicherstellen können, dass wir für Industrie 4.0 gewappnet sind. In fünf Jahren gehe ich davon aus, dass wir diese Pilotprojekte erfolgreich umgesetzt haben. Diese Anlage, die Sie hier sehen, die Vernetzung untereinander weiter fortgeführt haben und dadurch einen richtig großen Wettbewerbsvorteil erarbeiten. Das ist sicher, dass wir diese Pilotprojekte erfolgreich umgesetzt haben. Vielen Dank.